Er kommt mega angeflogen, oder was? War da echt ne Rampe? Ja, ich muss die ganze Scheiße noch machen. Ich hab die Rampe nicht gesehen, ey. Tut mir leid, dass du... Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fettig. Wir spielen wieder GTA 5 Cast Maps zusammen mit dem EU. Level Asian Parkour Maurice Map. Ne, Level Asian Motorrad Map von Maurice, der gerade lieben musste, weil er nicht ins Ziel gekommen ist. Oh Mann, oh Mann. So sind die Regeln, aber so ist es halt. Danke schon mal für die Map-Mogis auf jeden Fall. Wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Traurig, dass du deine eigene Map nicht mitfahren darfst. Ey, können wir absteigen? Ne. Doch. Doch, können wir. Windschatten! Yes. Ich bin oben. Ich auch. Ich auch. Dein Ernst in der Luft! Dein fucking Ernst! Schmoll in der Hölle, Junge. Hahaha! Geil, Alter! Das hab ich ja noch nie gemacht. Das hab ich ja noch nie gemacht. Das hab ich ja noch nie gemacht, Alter. Ich dachte, einfach werfen und direkt zünden, weißt du? Hat funktioniert. Ich hab sogar überlebt, ey. Ich muss aber trotzdem respawnen, weil ich vom Haus runter geschossen bin. Wohin muss man? Wohin springst du, Affe? Ach, Schill! Da ist ja noch ein Punkt. Ich denk mir so, hä? Ich hab Rot gesehen. Hahaha! Er hat Rot gesehen. Muss man jetzt da rüber? Ja, aber jetzt brauchen wir ja irgendwie Speed hier. Oder ist da was? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen. Ja, wir müssen auf die roten Dinger. Echt? 100 Pro. Okay. Okay. Warum hab ich so weit weg Windschatten? Nein, ich hätte es auch direkt machen sollen, oder? Oder bist du nicht weit genug? Nee, nicht weit genug. Ich bin so ein Wichser. Ich bin echt nicht weit genug. Ja, ja, aber man kommt doch nicht weit genug, glaube ich. Nicht? Ich weiß es nicht. Ey, verpiss dich da. Haha, tschau. Ich hab den Pound. Ich auch. Wir sind so elendige Cheater. Oh Scheiße. Guck mal schlimmer mit uns. Nein, er ist direkt drauf. Ich fall runter? Ernsthaft? Wieso fällst du runter? Der ist da ganz hinten angewiesbar. Du brauchst mehr Speed. Muss gar nicht probieren. Jetzt will er mich blocken. Deine Ernst? Jetzt will er mich blocken. Doch nich. Weg hier. Hä, wie, Junge? Eine Schanze, die ich nicht gesehen hab oder so? Alter, was zum Geier? Was ist das? Nein, mein Motorrad war da! Ah, ich hab den Punkt! Ey, du bist so ein Ficker. Ey, was macht der da? Er bounced einfach so mega weg. Keine Ahnung, was er macht. Ich muss den da Ansprung holen. Ja, brauchst bisschen mehr. Ey, ich krieg den Punkt nicht. Krieg mich ja ab, fuck man. Hast du den denn so genommen oder bist die Wand hochgekuckt? Welche Wand? Bei dem Punkt hier. Dann bin ich wahrscheinlich die Wand hochgekuckt. Welche Wand? Ja, du bist vom Haus direkt rübergejumpt oder wie hast du das gemacht? Ja, ja, vom Haus! Ey, was mach ich denn jetzt? Ich denk mir, was erzählt der hier mit Wand und so? Ah, come on, hier ist so ein Huckel noch. Deswegen komm ich da jetzt nicht hoch oder was? Oh, jetzt easy. Ne, man, ich muss aufholen. Wo ist denn der nächste Punkt schon wieder? Ey, wir bist denn auf dieses Chicken ausgekommen, wo der ist? Einfach hoch. Einfach hoch. Einfach hoch. Wo bist denn du? Ist so ein Stein, glaub ich. Der ist gut. Nice. Ach, du warst noch gar nicht drauf oder was? Doch, da. Bin schon weg dann. Aber ich wollte eigentlich noch ne Annäherungsmine dahin legen, wo ich hochgejumpt bin, damit du dann nicht hochkommen. Du. Wo lang? Keine Ahnung, ich fahr grad erstmal in die Richtung des Punktes. Um zu checken. Du bist mega falsch gefahren. Ha? Wer ist mega falsch gefahren? Du. Ey, was? Ich bin direkt da gleich. Ich weiß halt nur nicht, wo der Punkt ist bisher. Deswegen kann sein, dass hier irgendwo ne Rampe ist, die ich übersehen habe, um da hochzukommen. Ja, wenn da irgendwo ne Rampe wäre, dann wäre ja echt nice. Also wenn da jetzt plötzlich ne Rampe wäre, ey. Ich bin entmounted, ey, ernsthaft. Man kann's schaffen, denk ich. Wenn man hier ist. Ja, ich hab den Punkt. Wo ist denn? Ach, da ist der Punkt. Da war übrigens ne Rampe, ne? Oder so. Hä? Wo war ne Rampe? Nicht sterben! Nein! Er kommt mega angeflogen, oder was? War da echt ne Rampe? Ich muss die ganze Scheiße nochmal fahren. Ich hab die Rampe nicht gesehen, ey. Tut mir leid. Wir sind auch mega scheiße gefahren. Wir hätten aber die scheiß Hauptstraße langfahren sollen. Ja, man hätte das aber auch, da hätte man noch einen Punkt hin machen müssen eigentlich. Ja, wenn du respawnst, fährst du direkt drauf zu. Echt? Ich bin da doch. Ne, ich bin da nicht respawn. Ach fuck, ey. Ja, come on. Jolly ist nicht mehr. Ja, probiert's ja echt über die Rampe. Ja, das ist der richtige Weg. Man kann da mega easy 5-8-Technik hochmachen, ne? Da wird Maurice wieder ragen. Ja, was kann... Ey, wenn... Ganz ehrlich, ne? Wo... Wie soll ich die Rampe sehen? Also... Bin ich... Hab ich Löcher in der Hände? Bin ich Jesus oder so? Ich? Nicht, dass ich wüsste, zumindest. Also... Ich hab zwar Löcher in der Hände... Nein! Die sterben. Oh, ich bin nicht gestorben. Wo bist du überhaupt? Über dir. Über mir? Hi! Hast du den Punkt? Schade. Ja, komm mal. Ich glaub, man kann direkt drauf, oder? Nein, man muss das schon so ein bisschen... Von hier? Nee. Nee, nicht von da. Schon... Vorher hoch, aber halt... Man muss da rechts hoch. War zurück in die Rampe. Nein. Ach, man muss rechts hoch. Krass. Was? Oh, ich komm doch nicht hoch, ey. Was ist denn los? Maurice, ey. Was ist denn los bei dir? Er will die... Nee, ich wollte's gar nicht werfen. Ich hab irgendwie wieder alles gedrückt. Erste Mal jetzt hier oben. Also echt. Bist du denn da so easy als hochgejumpt? Keine Ahnung. Ja! Seitlich. Tschau. Das sollte ich dreimal oder so. Ja, das sollte ich nicht dreimal. Ach, scheiße. Jetzt zieht er wieder weg. Tschau mir. Ach, fuck. Das war knapp. Ey, ich komm nicht da drauf. Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Was los bei dir? Keine Ahnung. Ich springe scheiße. Ich glaub nicht, dass man den so nehmen sollte. Maurice, aber... Parkour New Level Asian steht im Titel. Also ist alles erlaubt. Man kennt das ja. Sommerkind ist online. Was ist das nochmal? Irgendeiner von dir. Ich weiß es nicht. Ich hol mir den nächsten Punkt. Nee, schon wieder zu weit. Was ist los bei dir? Läuft nicht so gerade manchmal. Nee, läuft gerade nicht so. Richtig. Denn ja, angeblich habe ich eine Minute 13 Vorsprung. Aber vor einer Minute 13 war ich noch nicht mal da, wo du jetzt bist. Motorrad, bleib oben! Hä? Hä? Ich hätte die Rampe nehmen müssen, oder? Ja. Wow! Man schafft das fast so! Okay. Aber ich nehme die Rampe diesmal. Ja, ich habe die Rampe heute voll spät gesehen, also. Ey! Wie hier war fast hoch komme ich. Fast hoch? Fast. Fast. Fast ist aber auch nur ein bisschen, ne? Ich bin immer zu weit. Ich bin immer zu weit. Vorbeis auch daneben, sagt man so schön. Du bist ja vorgehe, rechts in die Wand gefetzt irgendwann. Ja, Mann! Endlich! Jetzt bitte nicht verfallen. Ich sterbe auf dem Leben! Komm, man endlich überlebt, wäre das easy peasy. Bist du jetzt endlich da oben? Also, pass auf, dass du nicht die Annäherungsmine fährst, ne? An der Bank. Ja, ja. Ich bin nicht schon vorbei, die Lappen. Ach, fuck! Was ist los? Verkappt? Hm? Nö, nö! C'mon, ich fall dagegen runter! Das gibt es nicht, ne? Er ist schon gleich hier, ne? Ist für gleich hier! Will dich noch nicht mal auf dem... Fressen im Kopf! Nein! Ey, du bist so ein Ficker! Das war... Also, hätte ich dich da getroffen, ne? Das hätt echt ein Wunder geglichen. War du nicht knapp? Come on. Ich bitte dich. Wenn das knapp war, dann weiß ich auch nicht. Wo fahr ich denn lang? Keine Ahnung, wo du dich dann gerade findest. Wo bist du denn? Nein! Das war knapp! Ich hatte nur ne Granate da. Ey, ich schaff grad diesen fucking Jump hier nicht. Das gibt's doch nicht. Mir ein Jump, Mann. Ach da. Ach da. Muss man ja jumpen. Er macht's fürs Trollen. Er macht's nicht fürs Trollen. Ich hab mich einmal überdreht, direkt verkackt. Frischer als fuck. Er hat's wirklich. Nein! Ernsthaft! Ich bin an dem roten da. Ne? Fall vom Motorrad und ich flieg runter. Das Motorrad bleibt oben. Joaatz. Bitte gleit doch dahin, ey du. War auf dem unteren Stück. Man kommt gar nicht so gut in den Gleit rein, ne? Doch, eigentlich schon. Hm, das ist kein Ding. Echt? Naja. Ey, warum öffnet der hier immer alles? Was ist los bei dem Gamepad, ey? Ich hol mir bald ein neues. Wenn ich Cash hab. Ey, ich muss rechts rüber, Mann! Was explodiert da? Du oder was? Ne. Meine Haftbombe, Junge! Warum wirfst du da noch eine Haftbombe? Ey, ich bin echt ganz leicht zu weit links. Das gibt es nicht. Drei. Zwei. Eins. Nein, nicht getroffen. Ach, nicht mal anhören! Wer will mich hiermit hafen? Ey, flieg doch hoch, du Penner! Ach, tot! Also, ich komm nicht so gut in den Gleit rein. Näch? Ne. Also, die Höhe stimmt eigentlich immer. Oh nein. Ne? Oh nein. Annäher uns, Min. Ernsthaft? Er ist nicht explodiert. Und jetzt hat er's. Nein, ich bin tot. Ich lieg im Punkt und bin tot. Hast du den? Nein. Ich war auf dem unteren, ne? Bin nicht gestorben. Aber bin rückwärts runter gefahren. Feuchel. Oh, Mann, ey. Jetzt legt er ihr Annäherungsminen hin. Jawohl. Völlig verdient. Ernst liegt hier bestimmt noch ein. Ey, ich bin wieder auf dem unteren gestorben. Ne, ich leg jetzt nichts mehr hin, bringt doch nichts. Ey, du Assi. Komm klar. Mit dein Annäherungsminen. Oder was mein? Das war deine? Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich war unterhalb. Bin aber nicht gestorben oder so. Muss einfach rein. Und bin dann einfach gegen gefahren. Aber ich hab's. Au. Und ich hab's überlebt. Ich bin unterhalb der Bande hier gespawnt. Echt? Ja. Auf so einem roten Ding. Ich denke, hä, wohin muss ich? Oh Mann, dadurch ist er jetzt vorne. Ich hab's gesehen rechtzeitig. Er hat's rechtzeitig gesehen. Deswegen so vorne. Und das war zu spät. Du noch viel lernen musst, junger Padawan. Zu spät. Als ob du so nah dran gehst. Ah, komm Mann. Dein Ernst. Kommt er mir so und da ist das Ziel. Oh shit. Und das war Ziel. Oder was? Wie ein fucking Motor. Ey, Assi. Mach ich gleich fast zwei, wenn ich da bin. Der kommt mega angespeated. War's den Punkt, ne? Ups. Nice. Ey, wie der immer abhebt. Was soll'n das? Ich war halt echt da, glaub ich, wo der Punkt ist, oder? Ne, klar. Ne, der ist wie willst du mit weg. Der ist, glaub ich, nach der... in der Röhre dann, ne? Was machst du da? Ey, come on. Der hebt wie willst ab, ne? Ich gleite da jetzt rein. Ey, fuck. Oh, ich war auf der Röhre. Ich war auf einer anderen Teil der Röhre. Ich war auf einer anderen Teil der Röhre. Als ob ich da... Ja, Tiete. Ich strick mir meine Reihen. Als ob du mich triffst. Dein Ernst? Ich hätt es genau in dem Versuch geschafft. Ja. Ich zieh nur, wenn du ziehst. Okay. Ich konnte nicht mehr werfen. Und ich zieh nur. Scheiß. Ach, echt. Hä? Ach, du fährst noch. Bei mir bist du runtergefallen, Alter. Was? Nein! Komm mal bei der dritten. Ey, wie? So weit warst du noch nie. Also ich krieg's gar nicht hin. Ey, dein Ernst, Fresh. Nein! Komm, warum spring ich runter? Warum respawn ich nicht? Jetzt liegen die Annäherungsmini hinten. Ey! Was ist los bei dir? Erste... Nein! Come on! Was ist hier los, Maurice? Also die erste schaffe ich ja, aber... Ich hab die zweite auch schon geschaffen. Annäherungsmini! Ich hab die Bühne am Start. Der hab ich fucking ernst. Der wird die auch mal driften. Ja, sonst drifst du nix, meins, ne? Ja. Ja! Nein! Er hat's! Der vorletzten rausgeflogen. Eine hätte ich noch fahren müssen. Fresh hat's. Na, oh come on! Genau bei der ersten! Was ist denn los? Also nach der ersten. Hier was, das sieht richtig nice aus. Woah! Alter, das ist wieder immer hier lenken. Man muss echt mittig fahren, damit man noch schnell irgendwie ausgleichen kann, die Scheiße. Naja, keine Chance. Ich hab nicht... Nein, er springt ab! Fuck! Der schießt auf mich! Im fucking Ernst! Du legst auf, man! Nein! Ach nein, was will ich denn? Ey! Fick dich, Fresh! Nein! Bei der letzten! Come on! Ich wollte schon sagen, ich hatte's schon auf den Lippen. Ich hab's. Ey! Jetzt kriegst du mich ja eh nicht mehr. Er sagt, ich hab's und fliegt raus, hä? Ich dachte, das wolltest du sagen. Ne, ne. Ich wollte sagen, jetzt kriegst du mich eh nicht mehr. Oh, come on! Maurice! Was ist wieder bei dir los, ey? Bei mir sah das so aus, als würdest du unten drunter fliegen. So dran kleben an dem Ding. Nein! Was los? Hey, Schatz! Willst du's vielleicht nochmal sagen? Hey, Schatz! Dann glaub ich selber dran. Der Kloch ist selber dran. Er hat's wirklich, fuck. Frischhatz! Und direkt vorm Punkt erstmal schön ne Annäherungsmine hingelegt. Richtig! Hey, ich hab's wieder nicht. Was ist los? Lass es nicht. Warum? Ich hab's nicht. Geile Map-Movies, muss ich sagen. Ja, auf einmal. Sonst wird's nicht mal scheiß, oder? Ich hab's wieder. Was ist los? Lass es nicht. Ich hab's nicht. Ja, ja, ja. Vielleicht kommt ja noch was, wo du mich wieder einmachst. Ah! Ey! Hier hat er... Weißt du, was Maurice hier eingebaut hat? Habe ich ihm ja den Hinweis gegeben, dass er das auch einbauen kann. Aufzug. Aufzug. Nice! Hoffentlich seh ich's noch. Zwei Stück. Mach grad'n Scheiß, Frisch. Lass es mich sehen. Was soll ich machen? Ich fahr halt so gut es geht, ne? Entweder du siehst es, oder du siehst es nicht. Ey, wieder hier mal Lenk, Mann! Was ist los? Diese Fick-Spirale. Fick-Spirale. Na na na. Na na na. Zeugelter wollen wir hier nicht kommen, ja. Leider zu spät haben wir schon 500 Folgen für ihn. Haben wir schon 500. Neville-Asian, meine Freunde. Ist ja jetzt noch was Schwieriges dabei, oder was? Na, es geht. Man muss ein bisschen gleiten. Oh, endlich bin ich. Wenn man das nicht schafft, ein bisschen schwimmen. Ey, fick dich, Frisch. Ernsthaft. Du kannst jetzt nicht cheaten. Es geht doch nicht mal um Burger, Alter. Ach, es geht um keinen Burger? Nee. Den sacke ich ganz schön ein. Ohne Risiko. Er wird nie wieder wetten, Freunde. Bis der eingelöst wird. Ja, ohne Scheiß. Ist so. Den gönne ich mir. Ist das nicht ein bisschen arm dann so, weißt du? Gar nicht den Burger bestätigt, quasi? Was bestätigt? Klar, ist doch bestätigt. Ja, aber nicht noch mal so... Keine Ahnung. Zwei Burger wären schon geiler als einer. Ach, geil! Da ist der Aufzug. Ah, wir haben wieder ne Maurice Map. Wodran erkennt man das? Wodran erkennt man das? Wodran erkennt man das? Ach, äh, hier, Flughafen. Ja. Die da schön alles vollgeballert am Ende. Weiß ich nicht. Da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen was. Hoffentlich kommt noch was richtig riesiges. Wenigstens hat man nach dem ersten Aufzug schon checkt. Ach, du bist grad an den Aufzug. Ja, ja. Cruise gerade. Richtung. Oh, ich hab genug. Gleit geschafft, Alter. Blacky schaut zu. Wer ist denn Blacky? Ist das von dir ungefähr nicht? Keine Ahnung. Ein Taxifahrer, der so heißt. Blacky Black, oder was? Ich glaub, der wurde gefeuert. Ich glaub, der wurde gefeuert. Ne, Blacky heißt der. Ey, er springt ab wegen dem... Dieses scheiß Wasser hier. Mein Motorort war hier oben. Waren bei dir auch so viele Wellen? Ja, ja. Keine Chance eigentlich. Vor allem, er springt immer direkt ab. Du bist doch gerannt, ey. 100% Wo gerannt? Ja, bei den Wellen. Wie? Da kann man doch nicht rennen. Ey, klar. Ja, danach kommt doch ein Jump, oder ne? Ey, ich sag aufs Motorrad auch. Kein Wasser da. Tot. Dann war ja scheinbar doch Wasser da, ne? Ey, come on. Was ist hier los? Nur die Wellen, Alter, die sind wieder so heftig. Frashwise hat selbst Mord gegangen. Ja, hä, jetzt steht das erste? Jetzt müsste es schon wieder stehen. Ja. Immer noch. Durchgehend. Immer noch. Steht da einfach ganze Zeit. Ey, auch spring doch nicht vom... Was mach ich, ey? Wieso springt... Da kommt schon die nächste Welle wieder. Weg hier. Abspringen. Ich krieg... Ich heule gleich. Was ist los? Ich muss im Schneckentempo der Welle hinterher fahren. Na, spät hier. Und danach kommt der Glide, ne? Echt? Da ist ein Glide. Und dann auch ne Welle von hinten. Ja, fuck. Jetzt kommt mir ne Welle entgegen auf einmal. Ein bisschen Speed hab ich. Aber was soll denn das für ein Gleit sein? Ist doch nicht weit der Punkt, oder? Du bist auch noch ein Konter. Ja, ich... Jetzt keine Wellen da gerade. Oh, direkt kommen sie hier, Alter. Und direkt so Megawellen. Ich kann's gar nicht schaffen. Um Burger wetten? Nein. Nein. Er hat Angst, um Burger zu wetten, Freunde. Er springt schon wieder ab. GG. Hierofalkling in die Kommentare. Scheiß, fickt euch ins Knie. Jeder ist schwein, ey. Kann ich nochmal aufsteigen? Steige auf, die nächste Welle kommt und ich... Und... Das hat ja nichts mit Skill oder sonst was zu tun. Man muss ja einfach Glück haben mit den Wellen. Glück haben, sagt er. Ja, wenn du das sehen würdest. Ich hab keinmal, dass ich durchfahren konnte zur scheiß... Ich hatte doch dieselben Wellen. Genau dieselben. Oder meinst du, die Wellen waren bei mir anders? Ja. Und mir ist es viel schlimmer geworden. Tod schon wieder. Endlich brauchst du sogar für den Gleit, brauchst du keinen Topspeeter am Ende. Du musst einfach nur ankommen. Ja, hatte ich, war ich schon. War ich nicht weitergegangen. Ja, und dann musst du vernünftig gleiten. Wenn du das natürlich nicht kannst. Ach, wick dich da. Oh Scheiß. Ich komm nicht an der Welle vorbei. Jetzt komm von hinten an und... Ja, tot. Die geht halt nicht runter, die Welle. Oh, komm. Die ist einfach ganz fett und die ganze Zeit. Die ist noch so ein mega Abfuck-Element. Lass mich durch. Oh, das sieht... Nein! Kurz vorher springt der Atme. Ja, dann steig halt wieder auf. Ja, mach ich ja die ganze Zeit. Und dann ist er tot auf einmal. So, jetzt bin ich angekommen. Versuch mein Bestes hier mit Speed-mäßig. Schauen wir uns das mal an. Ja, guck mal. Wie soll... Wie? Hochziehen. Da ist nix mit Gleit. Die ist null hoch. Da haben wir doch keine Scheiße. Die ist null hoch, ey. Du kommst nicht an den Gleit. Und er springt schon wieder. Nice. Wir haben 20 Minuten schon, ne? Oh, come on. Jetzt bin ich zu weit. Das gibt's so nicht. Oh, jetzt, jetzt sieht's gut aus. Jetzt hab ich ein bisschen Speed hier wenigstens. Gucken wir mal. Easy. Nicht gestorben. Pack das Sniper weg, du Assi. Hä? Was für Sniper? Ohne Raketenwerfer oder sowas. Aber gute Idee, sagt er einfach. Was, bist du schon vom Ziel? Oder was machst du da die ganze Zeit? Nein, nein, aber passt schon. Jaaaa, hier exportiert's. Du Assi. Wo holst man's denn? WTF? Soll ich vielleicht mal weiter machen? Boah, ich hab den Punkt. Sonst bist du gleich echter. Du bist gleich sogar da. Äh, voilà. Wie viele Checkpoints hast du? Sag ich dir nicht. Sag ich dir nicht. Ich habe... 34. Ok. Ich hab... 47. Lava noch nicht. Keine Ahnung. Hab ich vergessen. 47 wär mies. Dann hättest du das Ziel vor Augen. Ich fall hier schon wieder runter! Ach, da bist du! Hi! Glaubst du mich in die Luft? Ja, ich hab dir glaube ich eine Halbspanne aus der Hand geballert oder so. Ja! Ja, er nimmt direkt zwei! Du nimmst viel zu viel Anlauf, ne? Stimmt. Nein! Schau! Die ersten zwei nehme ich immer gleichzeitig irgendwie. Nicht runterfallen. Ey, schon wieder! Das Problem habe ich heute die ganze Zeit. Es ist jetzt das zweite Mal überhaupt, dass ich hier oben bin, ne? Ach du, da muss man es nochmal machen, okay? Ja, ja. Ey, was mache ich nicht jetzt, Alter? Jetzt komme ich noch nicht mal so ein scheiß Karteller hier hoch. Ich grad aber auch nicht. Ey, schon wieder! Ja, jetzt geht's noch mal ganz hin. Was machst du denn, Güter? So, und jetzt mal gucken, wo ich draufkomme, ey. Yes! Yes! Nein! Er ist schon durch. Boah, fast Rundhilfe. Hör auf, Alter! Das ist ein paar cool Element. Ey, ohne Scheiße, auch! Nein! Ich tue zum Mist! Hör auf, du Assi! Was? Irgendwas haben wir... Regeln sind Regeln! Ein paar cool Element hier. Oh, Mann hat da nichts gesehen, oder? Nein! Klar! Ich hab die ganze Zeit in deine Richtung geguckt, oder? Da war da nichts. Ich kann mich hier auch abknallen. Du bist so ein Penner. Wie soll man das schon wieder schaffen, Muggies, ne? Was baust du hier wieder für Dinge? Geht dein Scheiße wieder herkommt, oder? Hast du's jetzt schon aus? Ja, hat's schon. Ach klar, krass. Nein! Oh, shit. Geil geflogen, Alter! Parkour-Element, Junge! Ja, was für ein Parkour! Schau uns auf der Straße! Was für ein Parkour! Ey! Er blockt wieder mit seiner Kack-Leiche! Hä? Meine Leiche fliegt die ganze Zeit durch die Luft? Bei mir war die nicht so nur kurz irgendwo. Nice, mein Motorrad hilft uns dabei, hier umzukommen. Ja, uns vor allem! Ach, du kommst nicht rum! Oh, Glöcker! Ey! Bleib doch oben! Dein Scheiß-Mut! Ich muss hier mal alles wegsprengen. Hallo, leg die Scheiße doch! Ja! Was macht der da? Er hat Selbstmut bekannt. Ja, ist ja geil. Hauptsache, da ist immer noch alles weg. Nein! Oh, come on! Oh, nein! Ey, du Wichser! Danke für dein Motorrad. Ja, das ist ja. Er fliegt komplett. Du Assi! Er fliegt einfach komplett. Kau, kau, kau. Ich hab's direkt wieder. Ey, jetzt fahr' ich da um den. Was machst du denn? Ich bin runtergeflohen, Kacke. Ey, bei mir lagst du oben, Alter! Wie krank! Ich bin so am Backen hier alles. Weed fresh. Nein! Bisschen daneben, wohin mit dem? Bisschen daneben! Wo? John! Yes! Ja, dann bestimmt auf mir oder so. Doch nicht. Das wär so lustig. Und da bist du nicht hochgekommen? Ey, warte, ich spreng mal eben dein Motorradrad von mir weg. Ja, mach halt. Ja, nicht, dass du da im Weg stehst. Oder hinterher rumholst oder so. Ey, jetzt komm ich ja nicht mehr hoch. Was ist denn los hier? Easy? Wieso ist da oben und ich nicht? Hallo! Also der erste war fürs Try. Jetzt kommt er nicht mehr. Der zweite auch. Easy! Wie? Wie Penner. Aber ich hatte da eh schon einen Punkt, also. Aber ich hatte da eh schon einen Punkt, also. Ja, voll easy drauf gekommen. Ja, voll easy drauf gekommen. Ich flieg runter, mein Motor bleibt oben. Komm mal. Ey, Konzentrationsparcours hier noch. Ey, jetzt komm ich da nicht hoch, ernsthaft. Im geilsten ist, man fliegt 20 Jahre durch die Luft. Und man überlebt. Echt? Ja. Jetzt gewinnt er das fucking Rennen hier noch. Ja, warte mal ab. Kommt, ey. Looping noch, den du eh wieder nicht fährst? Ne, ist kein Looping, es ist Konzentrationsparcours. Musst da oben drauf fahren. Also ich seh von hier einen Looping, den du noch fahren musst. Ach, Looping, sorry. Ich dachte, du meinst den War Ride hier oder sowas jetzt sein soll. Oh, musst halt oben drauf fahren. Nein, ich fall runter. Müssen wir doch mal, oder? Ja, müssen wir. Hast du es geschafft, hoch? Ich bin jetzt auf dem zweiten. Also auf dem quasi... Aber Kartoffeltaktik voll easy, oder nicht? Eigentlich ja. Vor allem Kartoffeltaktik, die sind voll patentiert vom E-Müssen. Naja. Auf dem Punkt, nice. Vielleicht seh ich dann zumindest das Ziel, ne? Kannst du doch auch einen Burger wetten, oder was? Ne, ne, okay. Ich will dir ja den Burger nicht klauen, ne? Ja, ja, ja. Wie weit muss man hier fahren, man? Du bist auch schon da, auf dem ersten? Er kommt da direkt hoch, fuck. Er holt auf. Nicht jetzt runterfallen. Nice. Machst du da? Achso, du gehst grad. Ach Gott. Na, guck mich aus. Echt? Hier kann man auch easy World fahren. Ja. Okay, Looping, und den fahr ich sogar. Junge! Verkackt? Ne, ne. Ja, doch. Wieso? Und der fährt ihn auf einmal nicht mehr. Ja, ja. Ey, wieso? Wieso lenkt der da immer so mega krank? Wo? Mit dem scheiß Looping. Keine Ahnung. Oh, schon wieder! Er fährt dran vorbei, dein Ernst. Dein Ernst. Nein! Jawoll. Wär auch richtig unverdient. Was war denn Looping? Er fährt wieder dran vorbei. Dein fucking Ernst. Ja, Mann. Ich hab keinen Bock drauf. Alle mal Hirode abonnieren, Freunde. Die machen das wirklich, Mann. Die machen's wirklich. Dann hast du wieder... Wie viel hast du da? 3.103 oder so? Egal, Leute. Wenn ihr euch so anstellt, dann verpiss euch ruhig. Ich hab da kein Problem mit. Er cheatet hier. Hallo? Weißt du, da ist er vorne und cheatet. Ich hab schon 5 Millionen Mal gescheatet. Jetzt brauchen wir sich auch nicht mehr anstellen hier. Da ist er vorne und cheatet, ne? Das ist ja das Schlimme. Ich leg dir was Nettes hier hin, ne? Ach, scheiße. Ich hab gar nicht mehr Annäherungsminen. Schon alle verpulvert hier. Das ist das Ziel, Fresh. Jetzt mal... Das ist wirklich das Ziel. Ich hasse, Junge. Das war... Ich bin ganz am Ende von dem Ding runtergefallen. Kein Spaß. Wie mies. Aber egal, du hast eh jetzt nur... ungefähr 33 Sekunden. Ja, hättest du nicht gescheatet? Hättest es trotzdem nicht. Hätte ich jetzt noch ganz entspannt, wär ich Erster geworden. Ja, ja. Oh, meine Aufnahme ist übrigens auch abgekackt. Seh ich grad wieder. Geil. Haben die Leute vielleicht gar nicht gesehen, wie du cheatest, außer bei mir? Ja, haben sie auch nicht, glaub ich. Egal, Leute, ich nehm nochmal weiter... Ne, es kackt direkt wieder ab, ich glaube. Es ist komplett voll. Feuer, die Festplatte. Was ist los bei dir? Ich weiß nicht, was da immer los ist. Und nix Altes gelöscht wieder. Ja, ich hab versucht, ein bisschen was wegzurendern und so. Hab ich eigentlich auch. Oh, Mann, ey. Ich schaff's nicht ins Ziel. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut aber Hiro vorbei und schreibt Hiro cheatet in seine Kommentare. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.